Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin! Nachdem wir im letzten Part den Schatz nicht ganz abtransportieren konnten, werden wir es nun tun. Und die letzten sieben normalen Schätze werden auch bei uns gehören. Der letzte ist beim Boss, deswegen nenne ich sie nicht normal, also... Landen in die ferne Quelle! Und wir landen, und wir landen. Nun ja. Erstmal wollen wir den Dicken da kaputt machen, ne? So, dafür nehmen wir mal alle gelben. Ein paar blaue. Und ein paar rote. Bzw. alle. So, herkommen, 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 herkommen. Bäm, 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 b Und gelb nimmt die anderen bei, beziehungsweise das hier, und das nimmt dann wieder rot. Kommt. So. Ich glaube noch 44, oh, etwas zu wenig. Naja, komm, helf da mal. So. Na also, komm. Kommt raus, ihr kleinen Spießerchen. Dumm. 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 Ja komm, her komm, her komm. Naja, einfach mal schnappen, ne? So, 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 so. Kommt. Ihr könnt das, ich weiß es ganz genau. So, der schließe ich den an. Und die kleinen Teile da, die können wir nicht. Nein. Nein. Ja komm. Obwohl, wenn ich ganz genau ziehen würde, würde es umgehen, ne? Okay. Dumm. 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 Lohnantrieb. Ich habe keine Ahnung, wie er funktioniert. Aber der Dolphin kann wieder mit dem ihm eigenen Gebrüll starten. Ich habe 23 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich noch 6 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Naja komm, wir verarschen ihn da voll, ne? Wird jetzt voll gedisst, Alter. Voll krassig. Dumm. Dumm. Rausziehen, rausziehen. 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 Und herkommen. So. Packen wir mal alle weg. Außer die gelben. Weil wir brauchen die gleich für den Schatz. Wir brauchen da Minimum 30. Hui. So, da würde ich sagen, geht noch was, ne? Nein. So, den haben wir kaputt gemacht. Den haben wir kaputt, den haben wir kaputt, den haben wir kaputt, den haben wir kaputt. Und die Kinder lässt er einfach so kaputt machen, ne? Da hat er kein Problem mit der Vater. Beziehungsweise die Mutter. Und nachdem, was ist es? Wuhu. Ja, komm. So. Da. 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 Und hier. Hm, dann rennt er da einfach lieber. Okay, schon klar, ne? Oh, ne. Darauf kann ich echt verzichten. Jetzt mal ganz im Ernst. So, hier, her, hier, her. Ja, schnell abtransportieren, ne? Der rennt mit her. Was will der? Was will der? Hm. Hm. Probieren wir es einfach mal so, ne? Ne, wir brauchen schon mindestens 20. Also, kommt mal her. Mach das. Und dann kommt mal her. So, her, komm, her, komm, her, komm. Angetreten. Okay, da kommen 6 drauf. Oder waren es nur 5? Ja, ich glaube es waren nur 5, aber egal. Komm, 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 sprieße und gedeiht. Wow, wow, wow. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay, genügt. Gute Sache. So, du kommst auch mit. So, da, 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 da hin. Dann gehen wir mal hoch und werfen die dann noch weiter hoch. So, hier längs, hier längs. Beziehungsweise da hin, 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 da hin. So. Bam, 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 bam. Naja, komm, und jetzt noch mal hoch, noch mal hoch, noch mal hoch. Hm. So, so. Wie viele brauchen wir das hier? Komm, 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 komm. So, da, da, da. So. Ey, das geht mit denen. Die brauchen nur zehn. Okay. Meine UV-Lampe. Das Problem mit diesem Gerät besteht darin, dass das Licht manchmal zu grell ist. Jedes Mal, bevor ich in das Licht schaue, muss ich meine Sonnenschutzvisionette aufsetzen. Zehn, 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 zehn. So. Okay. Hm. Wir brauchen Pumpen. Eindeutig. Okay. Dann kommt der, dann kommt der, dann kommt der. Rüber, rüber, rüber. So. Wo kriegen wir diese Bomben her? Hm. Keine Ahnung. Mal schauen. Aber irgendwo sind sie bestimmt. Das muss man sagen. Irgendwo sind sie bestimmt. Vielleicht sind da hinten welche. Aber da sind Frösche. Hm. Wir brauchen ziemlich viele Bomben. Ich geh mal alles untersuchen und schau mal, ob hier irgendwo Bomben ausgelutzt zu machen sind. Ja, hier sind Bomben. Ja, sogar ein bisschen mehr. Hm. Hm. Ach komm. Scheiß drauf. Wir schaffen das schon. Hier kommt. Kommt her. Ist doch kein Problem. Schaffen wir mit links. Einfach ein paar Bomben holen. Ist doch nichts großartiges dabei. So. Ach. Geht nicht baden. Ihr dürft nicht baden. Badetag ist erst morgens. Wisst ihr schon. So. Hier Bomben, 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 Bomben. Hier auch Bomben. So. Habt ihr alle Bomben? Okay. Okay. Wir haben ein paar Bomben. Das muss man wirklich lassen. Aber ob das damit auch klappt, das ist jetzt eine andere Frage. Hm. Probieren wir es einfach mal, ne? Wird schon schief gehen. Bäm. Bäm, Bäm! Bäm! Alle nacheinander, ne? Bäm! Bäm! Falsche. Bäm! Wir bombardieren die Mauer. Ja, das dürfte eigentlich klappen. Cool. So, komm her, komm her, komm her. Komm, nein. Du nicht, du nicht. Bam. Und jetzt dürfte es offen sein, ne? Also. Und die letzte gegen Ludenia. Bam. Wer traut sich jetzt nicht mehr, wa? Hm-mm. Der muss bei seinen Kindern bleiben. Bei seinen armen Kindern. Komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Mensch, transportier doch schneller. Ja, komm, ja, komm, ja, komm, ja, komm. Okay, dagegen hilft nur eins. Bomben. Die haben wir schon weg, oder? Ja, die haben wir schon weg. Naja. Naja. Und die Verlust erlitten. Muss man leider zugeben. Hm. 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 Puh, puh, puh. Transportiert mal den ab. Hat mir wenigstens noch etwas. Was? So. Ach, komm. Ach, komm. Du machst mit denen nicht, was du willst. Ich sag's dir. Und... Ja. Ja. So, her, komm, her, komm, her, komm, her, komm. Da hinten, transportiert es gerade noch ab. Kommt mal schneller. Hier auch noch. Und da hinten. Was macht da einer? Hä? Wo? Okay, da sind welche. Wusste ich gar nicht. Aber naja, wenn da welche sind. Ich glaube, der ist weg, ne? Hierher. 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 Okay, da ist einer. Da. Dann hierher. Der kommt her. Und rausziehen. Damn. 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 Ja, also einen Schatz abtransportiert und den anderen so einigermaßen gut hergerichtet. Ja, schon einigermaßen gute Leistung, muss man wirklich sagen. Obwohl ich ihn auch gerne abtransportiert hätte. Obwohl, so ist es vielleicht gar nicht allzu schwer, muss man wirklich mal sagen. So, eins. Und der Tag ist vorbei. Einen. Okay. Einer ist da geblieben. 16 Tage seit Absturz. Ob ich jemals in der Lage sein werde, von dieser Welt zu fliehen? Was muss ich noch alles durchstehen, bis ich meine Familie endlich in die Arme schließen kann? Nun, wenn mich solche Gedanken quälen, baut mich die Aussicht auf interessante Forschungen wieder auf. Ich werde nach Hause kommen. Niemals werde ich aufgeben. Ui, die gelben haben wir heute stark abgenommen, muss man wirklich sagen. Okay. Verbleibende Tage 14. Und noch fehlende Teile sind 7. Das heißt, wir können ein paar Mal wieder aufforsten. Und das werde ich auch machen. Ich werde offscreen im Wald der Hoffnung ein bisschen aufforsten. Zwei Tage lang. Und dann sehen wir uns wieder am Tag 19. Also, see you Leute, bis zum nächsten Mal.